Das ist gut, ja. Ja warum eigentlich nie? Katastrophe. Herr Manusakis. Und Leutnant? Servus, wir sind Rising Resistance aus dem schönen Chiemgau und wir freuen uns, dass wir jetzt auch mal einen Beitrag beisteuern dürfen. Vielen Dank an Ronja Jugendtreff, die das Ganze organisieren und wir treffen uns heute scheinbar das letzte Mal zu fünf zusammen im Proberam vor dem zweiten Lockdown. Wir haben beim ersten uns schon kreativ gezeigt und ein Video herausgestellt, das werdet ihr jetzt gleich sehen und hoffen, dass wir die zweite Phase auch dazu nutzen können. Danke und viel Spaß. Viel Spaß. Ciao. Servus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.